Ah, Bright Bruderschaftsrohbe, Dietrich und du, weg damit. Ah ja, du mal den ganzen Schrottmanöver, den wir nicht brauchen. Leere Spritzen kann ich im Moment nicht gebrauchen. Plasma Defender. So, schmutziges Wasserskott, Stoßstangenschwert, Strahlenschutzanzug, Superstimpads, Freizeitklamotten, Vorkriegszeit, Freizeitkleid, oder? Mentats, die können wir bei Ding abgeben. Äh, bei diesen komischen Vögeln in, bei den Ärzten. Kugel, Ausdauer minus 1, weg damit. Äh, Hunger und Durst minus 52 und 13, TP plus 1. Fixer, temporäre Abhängigkeitsentfernung. Dann haben wir noch die Munition, die Munition und die Munition. Okay, dann sollten wir eigentlich was wichten, das Ding eigentlich. 0,20. Und wie viel Gewicht hast du noch frei? Ach, genug. Äh. Uh, haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Ja. Und zwar Businesskleid. Yeah. Jetzt schauen wir gleich aus. Äh, Moment, die Lederrüstung. Metallrüstung verstärkt. Kannst du mal haben. Gut. Ist es nachgewachsen? Ja, es ist nachgewachsen. Finde ich ja herzallerliebst, dass das solch nachwächst. Okay. Dann würde ich doch mal sagen. Gehen wir mal in Richtung Strip. Handelsposten. Verrufen. Von mir aus. Bonnie Springs. Was? Stammesdorf. Bonnie Springs. Ach, Bonnie Springs. Da, ja, okay. Volt 34. Camp McNamara. Gehen wir mal da hin. Ich wollte ja noch die Bruderschapsrobe mal ausprobieren. Wie die aussieht. Siehst du mal. Äh, nee, Kleidung. So sieht das aus? Okay. Nee, warte mal. Genau. Wollen Sie Nachschlag? Mhm. Schauen Sie mal nach. Oh, die hat wieder was gerecht. Aufbereitetes Wasser. Fixer 10. Nehme ich. Arzttaschen nehme ich. Drei Stück. Äh, Wasser. Oh, Mann. Nicht doch. Die hat jetzt 742. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Tschüss. Ach ja. Ed. Komm mal her. Ich brauche ein bisschen was von dir. Und zwar brauche ich. Quatsch. Hier drüben sind wir daheim. Äh, den Laser. Den Plasma Defender. Der war glaube ich nicht so viel wert. Äh, das Stuhlschangenschwert. Schmutziges Wasser. Die Schachtel kippen. Die Metallgrössung behalten. Die Energiezellen. Die Energiezellen. Den Akku. Die Patronen. Die Patronen. Die Patronen nehmen wir mit. Wollen Sie Nachschlag? Aber sicher doch. Ich will aufs Maul. Ähm. Quatsch. Quatsch. Was will ich denn? Jetzt muss ich da drüben gucken. ACW Laser 505. 742. Oh. 704. Dann haben wir natürlich die Energiezellen. Nein. Den Akku. Natürlich. 34. Das da haben wir zum Verkauf. Das, wie, was haben wir denn, äh, an nicht brauchbaren. Ähm. Einmal. Scheiß drauf. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Ja. Bis später. Zeit, dass ich gehe. Zwei unterschiedliche Stimmen. Wie kann das sein? Willkommen im 108. Ja, ich benötige, äh, würde mir gerne die Angebote ansehen. Er hat null Deckel. Oh, aufbereitetes Wasser. Das war's dann aber auch. Akzeptiert hat er noch 56. Das heißt... Wer sind Sie? Mein Name ist Samuel Kerr. Ich und meine Tochter Michelle, wir führen diesen Laden. Ach nee. Wir sind vor etwa einem Monat aus Prim hierher gekommen. Sieht zwar nicht nach viel aus, ist aber eine erstklassige Lage. Mhm. Warum haben Sie Prim verlassen? Wir hatten einen Laden in Prim, aber nach dem Gefängnisausbruch im Norden wurde es unerträglich. Die Dreckskerle haben einfach die I-15 dicht gemacht. Als keine Reisenden mehr kamen, haben wir uns aufgemacht, um neue Kunden zu finden. Wir hatten keine Lust, auf Hilfe zu warten. So, so. Warum laufen die Geschäfte hier so gut? Seit die I-15 dicht ist, kommen die Leute aus der RNK über den Highway 95 auf den Strip. Und von dort geht's ohne Kronkorken wieder heim. Sie kommen und gehen. Wenn sie kommen, haben sie die Taschen voll mit Kronkorken, um auf dem Strip zu zocken. Und wenn sie gehen, haben sie alles verspielt und geben ihr letztes Hemd für was Essbares, um auf dem Weg nach Hause nicht zu verhungern. Dazu kommen noch die Soldaten, die von McCarran und dem Dampf verlegt werden. Tja, sagen wir, wir vermissen Prim nicht sonderlich. Das glaube ich. Auf Wiedersehen. Oh, tschub. Oh, tschub. Ah. Der Koffer ist, glaube ich, leer, soweit ich weiß. Dann steht der Töffel da unten. Elias. Guten Abend. Ezekiel. Auch nicht schlecht. Jetzt kommt wieder diese Rennerei hier. Okay, haben wir die vier schon mal abgeerntet? Hey, Fremder. Prima hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Hallo. 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 Und hat die RNK-Herrschaft anerkannt. Einige Leute tun wohl alles. Die sind nicht eingeknickt. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Da lang. Na, Kamera. 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 Ah, guckt es an. Da haben wir die Ärzte. Die Ärztevereinigung. Oder wie die auch immer heißen mögen. Pass mal auf. Opunti. Wenn ich das jetzt richtig habe. Dann haben wir hier noch Anhänger, Außenposten. The Sun is killing me. Wettstein für vier. Und die Magnum Patronen nehme ich mit. Den Wettstein lassen wir liegen. Den brauchen wir nicht. Da vorne ist dann noch der... Imbiss. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Ah. Oh. Oh. Brüder. Zu den Waffen. m erwischt dann können wir ja mal dann übergehen 40 von 75 töten sie Gegner mit Schusswaffen mache ich doch die ganze Zeit ich werde ganz bestimmt nicht mit Wattebäuschen werfen haben wir den 104 und jetzt haben wir 134 160 wird knapp aber es geht was liegt denn da ein Bein ich dachte neben dem Bein lag noch was das sah so komisch aus das am Bein lag ist mir klar meine ich damit ich dachte unter dem Bein lag noch was das sah so komisch aus wirklich komisch gut da können wir noch Moment einmal kurz speichern und dann reparieren wir erst einmal was grauer ranger hut wert 11 naja kann ich nicht reparieren oh kann ich reparieren ranger hut wert nichts autoritätsbrille naja repetieren oder bin wir Prozent Stoßstammenschwert wert 632 oh 632 guten Abend willkommen im Grappengalb was ist das für ein Ort sagen sie mir ihr Angebot na klar doch dann was kann ich sonst noch für sie tun ach du hast ja wirklich sehr viel einstecken wenn du schon mal rnk hast dann kannst du die ja auch nehmen die 10 mm hier die 44er die patronen opala das wird ein bisschen viel werden was haben wir denn noch die autoritätsbrille kannst du haben äh den ranger hut brauchen wir noch was für 4 hülsen hülsen kannst du haben so viel wie du willst jagdgewehr kriegst du nicht von mir plasma granate 173 ja toll ranger hut ist nichts wert ok schmutziges was 4 wildkürbissamen 1 na toll frischer Mais dann das Ausdauer ach komm hier nimm Energiezelle Bruderschaftsrobe brauche ich nicht äh nö hat er nicht behalten ein weiterer zufriedener Kunde dürfte ich ihnen ein paar Fragen stellen klar schießen sie los wer sind sie was machen sie hier äh wo kann man hier Waffen und Rüstung kaufen es gibt wohl ein paar Orte aber ich habe gehört dass die Waffenschieber die besten verkaufen wo finde ich hier einen Arzt ach die Maus wieder Dr. Yusanagi hat eine Klinik die Straße hoch mhm ich habe keine weiteren Fragen nachschauen Oh